Hallo meine lieben YouTuber, willkommen auf meinem Kanal im Peters 50er, 60er Jahre Hoppeheim Museum. So, die DDR-Party kann steigen mit den Puddis. Rundfunk5, 200er Jahre Hoppeheim Museum. Rundfunk5, 200er Jahre Hoppeheim Museum. Ja, das ist doch mal ein richtig schönes, starkes, helles Licht, dafür, dass das keine großen, starken Wattballböhren sind, also keine Böhren, die, sag ich mal, so eine hohe Volt oder Wattzahl haben oder wie auch immer, leuchtet das doch richtig schön. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen, liken, abonnieren nicht vergessen, teilen erwünscht und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder in mein 50er, 60er Jahre Hopiheim Museum auf meinem zweiten Kanal PeterRockeWil1950. Tschüss!